so wir hatten luciano fünf wochen oder wie lange auf platz eins mit mit beautiful girl danach hatten wir mit heady one den song wo ich sagen muss habe ich tatsächlich jetzt nicht noch mal gehört ja mal gucken ob das lag aber tatsächlich meiner 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 meinung nach oder meinem geschmack nach an heady one ich fand heady one tatsächlich nicht so stark bei dem song keine ahnung alter ja die sind schon gold gegangen krank das ist krank so schnell auf gold zu gehen ist heftig mann produziert von ginaro und ghana beats mix master selbstverständlich von king size und das video von ali 2022 ok ich bin gespannt sechs wochen war das sogar hat das ein bisschen was von warte mal war das asap rocky war das nee was war das nochmal oder war das travis ich weiß es nicht keine ahnung kam mir kam mir bekannt vor die die akkord folge ne hey geil ok 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 würdet ihr sagen dass also vom beat her geht in die rage richtung weil hier habe ich einmal den kommentar rage gesehen da finde ich na finde ich noch nicht tatsächlich ja ja was Paar 100k, Honey kostet all der Schmuck Oh ja Push it, push it, push it real hard Push it, push it Mach push ups Boah, jetzt hab ich Bock pumpen zu gehen, ne? Real talk Jetzt hab ich echt Bock da drauf Push tief runter, drück die Brust Tief runter, burn, zieh durch Body flex, was du willst, holst du weg Wir fangen da, push, push, bis auf sie Baby, schau dir, drück die Squads Bis die Lululemon Platz Baby, schau dir, drück die Squads 1, 2, 3, 4, 5 Ja, er ist voll der Motivator gerade War das Travis Scott's Scargazing? Ich weiß es gerade echt nicht mehr, Stargazing Ich weiß es wirklich nicht mehr, aber kam mir irgendwie bekannt vor am Anfang Ähm, ja, das pusht ja extrem gerade, Mann Seit wann, seit wann? Ey, Luciano will der neue Coach werden Kontra K, äh, wird klingeln, aber ey Lululemon Platz Baby, schau dir, drück die Squads 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Apple-Bot High-Performance nachts im Club Push die Shampoos für die Show DJ Pull-Up, push mein Song Hyphen S, doch halt mich für Boah, Digga, diese Energie, die er da drin hat, Alter Narben anstarren, ja, äh, ja Voll Bock auf Testo jetzt, ja, Mann Lass mal einfach reinballern Zieh, zehn, sechs, Pull-Up hoch Logo Strong Baby, push it real good Yeah, yeah, push it real good Ah, push it Push it real good Ja, ich find's, also ich muss ganz ehrlich sagen Ich, ich find's, ich find's nice Ich find's gut Ist für mich mal was anderes Äh, wie gesagt, mir fehlt ein Luciano-Song beim Pumpen Ähm, also was Neues So Beautiful Girl beim Pumpen Ist jetzt nicht so das, äh, das passende Ich, glaub, ganz ehrlich, das Ding versuch ich mal Ich weiß nicht, ob ich's von der Geschwindigkeit zum Pumpen Ein bisschen zu langsam finde Aber ganz ehrlich, schön, langsame Wiederholung Pumpen, ja, doch, doch, doch Oder zum Laufen Eins Ja, ja Ja, ja Mach Push-Up Ja, ich find's so krass Wie er sich einfach auf gar nichts ausruht Er ruht sich auf nichts aus Der Typ hat so viel schon erreicht Und er hatte immer noch keinen Platz 1, ne Und jetzt mit Beautiful Girl auch Und das, das reicht nicht Es geht immer weiter, immer weiter Ich, ey, ich hab so einen derben Respekt davor, ne Ohne Scheiß Er kriegt's gerade hin, dass ich ihm einfach so gönne, ne Ich gönne ihm einfach so hart, ne Ohne Scheiß Ich denk mir einfach nur, ja, kauf Kauf, rap darüber, kauf, mach einfach Boah, ist mir warm Er ist echt breit geworden, ja Ja, Vorbild, Alter So, ich mach push-ups Geiler Beat Also, muss ich echt sagen Hat mir gut gefallen Aber diesmal, muss ich sagen Ist Luciano definitiv der Energieträger, Alter Also, so viele Leute Die sich bei Beautiful Girl beschweren Jetzt kommt's Beschweren, dass ein Sample benutzt wurde Ja Und er damit ja nur erfolgreich wäre Alter Geht einfach mal auf Google Geht einfach mal auf WhoSampled.com Und gebt einfach mal Eminem ein Oder gebt mal irgendwas ein Leute, alles ist heutzutage Oder nicht heutzutage Alles ist in 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 Hip-Hop ein Sample Oder Loops Oder sonst was Digga, diese Diskussion Ist so zurückgeblieben Ohne Scheiß Ich versteh das immer noch nicht, ne Dass man jetzt versucht Das Ganze da drauf runterzuspielen Und bla 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 Ja, da denk ich mir Kann ich nicht verstehen Dass man sich nicht einfach mal freut Dass man sich nicht einfach mal freut Dass ein deutscher Künstler Erstens Erstens in Deutschland So unglaublich Erfolg hat Aber halt auch international gefeiert wird Gerade Richtung UK und so weiter Ich versteh das nicht Aber Ist okay Sehr schön Boah Digga Das Ding kommt Definitiv rein In die In die Pump-Playliste Also wenn das Ding nicht Alter 55 Millionen 2CB auch schon 53 Millionen Geistesgestill Warte mal Was ist das denn? Ibiza? Wait a second Was ist hier los? Äh Pump Was ist hier los? An T Bis zum nächsten Mal.